Ja, herzlich willkommen in der Augenklinik Abneumarkt in Köln. Wir sind seit über zehn Jahren hier in der Augenklinik in Köln aktiv und haben seitdem über 130.000 Patienten erfolgreich operiert. In unserer Augenklinik, um Ihnen einen kleinen Überblick zu geben, sind ungefähr 60 Menschen angestellt. Acht Fachärzte mit verschiedenen Spezialgebieten kümmern sich um das Wohl der Patienten und wir sind zudem auch in Forschung und Entwicklung aktiv. Die Augenklinik teilt sich in zwei Untergruppen auf. Das eine ist die sogenannte refraktive Chirurgie. Da machen wir alles, was dazu führt, dass man keine Brille mehr braucht oder das Sehen, was ohnehin schon gut ist, noch weiter verbessern kann. Also funktionelle Operationen. Und im anderen Bereich sind wir medizinisch aktiv. Da wird alles gemacht, wo Krankheiten dahinter stecken und zwar vom Augenlid über die Hornhaut, über die Augenlinse, Glaskörper, Netzhaut wird dort alles operiert, um Augenkrankheiten zu lindern oder zu heilen.